Die Maturanten des Bundesrealgymnasiums Bruck feierten am 14. Dezember ihren Maturaball im Kulturhaus Bruck, der diesmal unter ein ganz besonderes Motto gestellt war. Full House, das heißt mit einem Wort, das Schicksal spielt Regie, aber sie sind gut vorbereitet, die jungen Damen und Herren, und machen ihr Spiel. Wenn 37 junge Damen und Herren so quasi ihren Maturaball organisieren und den auch wunderbar gestalten, das ist schon ein erhebendes Gefühl. Der Maturaball unseres Bundesrealgymnasiums ist ja immer ein Höhepunkt des Ballgeschehens im Jahreslauf in unserer Stadt. Und wenn man wirklich sieht, wieder eine neue Bolognese einstudiert, die jungen Frauen und Männer, die hier wirklich Maturantinnen und Maturanten sich bemühen und etwas Besonderes bieten, und die schönen Roben, die man sieht, also es ist schon etwas Besonderes, dieser Ball, und ich freue mich außerordentlich, dass ich mit dabei bin und dass dieser Ball heuer wieder im Kulturhaus der Stadt Bruck stattfindet. Es ist ja immer die Vorbereitung, es ist sozusagen die letzte Station, bevor man in die Matura geht. Und die Matura ist eine Zäsur im Leben eines jeden jungen Menschen, der diese Schule, die AHS, besucht. Und es geht dann in alle Welt unter Umständen, entweder zum Studium in die Fachhochschule oder andere Berufe, die die jungen Leute ergreifen. Aber es ist wirklich eine gute Talente-Schmiede, unser Gymnasium in Bruck. Und viele, viele berühmte Österreicherinnen und Österreicher sind seit vielen Jahrzehnten aus dieser Schule hervorgegangen. Und deshalb freue ich mich, dass erstens einmal der Schulstandort Bruck mit diesem Realgymnasium und Gymnasium auch tatsächlich vorhanden ist und dass auch jährlich dieser Ball stattfindet. Und dann geht es ans Lernen, an die Matura. Aber vorerst geht es mit den Walzerklängen in Zugnügen. Mit dem Elternwalzer der Augenblick, wo Mütter und Väter mit ihren Söhnen und Töchtern wohl auch mit Stolz das Tanzbein schwingen. Und mit Alleswalzer geht es dann in die rauschende Ballnacht. Sehr verehrte Damen und Herren, auch Sie sollen nicht zufrieden kommen. Daher öffnen wir die Tanzlechte auch für Sie mit den berühmten Worten. Alles Walzer! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017